Für den Erfolg Ihres Unternehmens sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter unverzichtbar. Doch Mobilität, Flexibilität und die Globalisierung haben den Arbeitsmarkt dramatisch verändert. Verschärft wird die Situation durch die demografische Entwicklung. In vielen Branchen ist der Arbeitsmarkt wie leer gefegt. Ingenieure und Facharbeiter werden bereits jetzt händeringend gesucht. Der Kampf um die besten Mitarbeiter hat längst begonnen. Um Mitarbeiter langfristig zu binden und zu motivieren, ist mehr nötig, als nur ein Gehalt zu zahlen oder ein Firmenwagen. Soziale Leistungen, die wenig Aufwand bei hohem Nutzen bedeuten, sind eine Investition in die Zukunft. In die Zukunft Ihres Unternehmens. Mit einer kollektiven Krankenversicherung haben Sie dieses Instrument zur Verfügung, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Eine kollektive Krankenversicherung fördert die frühere Genesung der Mitarbeiter, erwirkt auch durch das soziale Engagement des Arbeitgebers. Eine bessere Identifikation mit dem Unternehmen reduziert zudem die Fehlzeitquote und ein solches System ist im Kampf um qualifizierte Mitarbeiter ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Mitbewerbern. Ob gesetzliche Krankenkassen, Betriebskrankenkassen oder Ersatzkassen, nahezu jede Kasse hat sich bereits eine zusätzliche privatwirtschaftliche Lösung erschlossen, um die staatlichen Kürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung durch privatwirtschaftlich ausgehandelte Vertragslösungen auszugleichen oder zu ergänzen. Allerdings haben Sie als Arbeitgeber keinen Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Tarife und deren Prämien. Eine Rücksichtnahme auf bestimmte Branchen und deren speziellen Bedürfnisse ist nicht möglich und somit können Sie nicht gezielt auf Services und Leistungen Einfluss nehmen, die gerade für Ihr Unternehmen oder Ihre Branche von besonderer Wichtigkeit sind. Als Versicherungsmakler hingegen haben wir Zugang zu den meisten privaten Krankenversicherern im Markt und können daher für Sie und Ihr Unternehmen individuell Verträge und Tarife bei den privaten Krankenversicherern aushandeln. Gemeinsam mit Ihnen können spezielle Branchenlösungen geschaffen oder spezielle Berufsgruppen definiert werden und am Ende dieses Verfahrens steht ein Vertragswerk zur kollektiven Krankenversicherung, das für Ihre Mitarbeiter oder die definierte Berufsgruppe einen deutlich erkennbaren Mehrwert bietet. Welche Möglichkeiten es im Einzelnen sind, hängt von Ihrer Unternehmensstruktur oder Ihrer Branche ab. Sie können aber dazu beitragen, neue qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, Ihre vorhandenen Mitarbeiter schneller auf die Beine zu bringen und krankheitsbedingte Ausfallzeiten in Ihrem Unternehmen zu reduzieren. Mit einer kollektiven Krankenversicherung für Ihre Mitarbeiter haben Sie also die Möglichkeit, mit wenig Aufwand einen hohen Nutzen zu erzielen. Gerne stehen wir Ihnen als Versicherungsmakler zur Verfügung. Dadurch erhalten Sie Zugang zu den besten Versicherern des Marktes. Am besten rufen Sie jetzt an oder senden uns eine E-Mail, um einen Gesprächstermin zur kollektiven Krankenversicherung zu vereinbaren. Am besten zu den besten Versicherern des Marktes.